Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. Heute sind wir zurück mit der Top 8, also mit dem Top Cut, dem ersten Game von unserem No Heroes Cup. Heute ist es Law gegen Law, links, den Namen kenne ich leider nicht, rechts, das bin ich selber. Und ja, ich bin second gegangen, spiele hier direkt in Nami, der Gegner hat im ersten Turn, also in Turn Zero, in Mononosuke gespielt. Und ja, beide Searcher, beide versuchen ihr Bot zu füllen. Ich suche mir hier was aus, bei Nami ist on play, Mononosuke muss sich erst resten. Da habe ich hier einen Brook gewählt. Und wahrscheinlich noch was hinterher und dann noch mit Bonnie hinterher und Pass den Turn. Hier im Draw, ich sehe auch, der hat eine Bonnie in der Hand, auch eine Jetpistol. Da wird jetzt erstmal hier der Mononosuke aktiviert. Es ist auch, ja, ich denke er spielt eine ganz, also er muss eine ganz andere Liste als ich spielen, weil ich spiele keine Mononosuke. Wahrscheinlich spielt er, ja, viel mehr Targets für Mononosuke in seinem Deck. Ich habe da eher weniger drin. Aber lasst uns hier weitermachen mit dem Spiel. Da bin ich mal gespannt, was jetzt hier als nächstes gespielt wird. Ich weiß es selber nicht mehr genau, wie das Match abgelaufen ist, weil es ist schon ziemlich lange her. Jetzt wird hier eine Bonnie gespielt. Bonnie surgt die obersten 5 nach einer Supernova. Und dann wird erstmal der 5-Cost-Law gesearcht. Ein guter Hit. Law kann man immer gebrochen. Ist sozusagen die Main-Karte im Deck. Wird hier mit 5 geswungen, early. Defende ich eigentlich nie oder overcome ich auch nie, nehme ich so gut wie immer. Dann erstmal, ja, 2 Searcher im Rest. Spielt mir natürlich sehr in die Karten. Da werde ich erstmal mit Nami auf dem Mononosuke spielen, weil er einfach 0 Power hat. Das sind dann 2k Unterschiede. Und dann mit 5 auf die Bonnie. Bonnie surgen. Ich habe hier noch 3 Dorn offen. Searcher hier noch einen Blocker. Hat wahrscheinlich noch einen Blocker in der Hand. Ja, mein Ziel ist es natürlich die Bonnie zu halten. Wenn ich keine neue Bonnie auf der Hand habe, hier werden noch 2 Blocker gespamt. Und der Gegner ist dran. Ich sehe, der hat einen 8-Druck-Kit in der Hand. Also spielt eine komplett andere Liste als ich. Hier wird noch eine Bonnie gespielt. Ja, wahrscheinlich, ähm, natürlich die Bonnie, äh, gerade auch, ist, sie ist, äh, schnell wieder gegangen. Also so schnell wie sie da war, so schnell war sie auch weg. Aber wahrscheinlich hat er halt so eine brickige Hand, dass er einfach suchen musste, ähm, ja, seine Targets suchen musste, um sein Board aufzubauen. Er hatte wahrscheinlich keine andere Möglichkeit. Hier wird auch ein Blocker gerestet. Aber ich habe noch einen anderen Blocker auf dem Feld. Und, ähm, blocker dann halt mit dem anderen. Bonnie hat überlebt. Hab drei Karten auf dem Feld. Also, das Spiel ist schon sehr, sehr zu meinen Gunsten bis jetzt. Erstmal wird hier die Bonnie aktiviert. Leichte Streamlacks. Hier wird ein Lore genommen. Also das ist genau die Karte, die ich sehen wollte. Zu diesem Zeitpunkt, weil ich schon drei Karten auf dem Feld habe, habe genug Energy, also Don't Offen, um ein bisschen was auf dem Feld zu spammen. Und dann gleich geht's zur Sache mit Shamble-Effekt. Hier wird noch gerestet. Dann wird wieder gespungen. Sein Board wird gecleared. Hätte ich auch vorher die Otama spielen können, aber ich glaube, das macht keinen Unterschied. Dann wird geschehen oder Room mit aktiviert. Ja, fünf Kost Lore kommt. Dann kommt ein Zorro hinterher. Die beiden Surge auf die Hand genommen, damit ich gleich wieder Value machen kann und durch mein Deck komme. Also, das ist sozusagen einfach der perfekte Play, perfektes Board. Ja, besser geht schon fast nicht. Der gegnerische Lore hat keine Battlekarten auf dem Feld, hat zwei Leben. Hat schon ein paar Handkarten investiert. Und, ja, sehr, sehr schwierig hier für ihn das Ruder nochmal rumzureißen. Also, das ist schon, auch wenn wir noch gerade am Anfang sind, es sieht halt wirklich sehr, sehr schwer viel aus. Er kommt eine Jetpistole, hat auch hier vier Dorn investiert. Das hieß für mich, okay, er kann diesen Turn auch kein Board aufbauen. Dann muss seine Hand wirklich schlecht sein, wenn er das dann macht. Also, es war mir in dem Fall dann schon klar. Hier wird mit sechs gespungen. Ich blocke, weil ich auch meine zwei Surge wieder spielen will. Ich habe jetzt genau Platz für zwei Surge, also für Nami und Bonnie auf dem Feld, also Platz frei gemacht. Ich kann sie jetzt, ja, sehr in Ruhe spielen, also sehr in Ruhe spielen. Erstmal wird hier gespungen. Falls da irgendwas kommt, untriggern und an dieser Stelle abonnieren nicht vergessen. Das hilft uns immer weiter. Das, ja, hilft uns weiter zu wachsen. Als Team, als Community und als Kanal selber. Und das macht auch dann viel mehr Spaß. Deswegen hilft uns weiter. Jetzt sind wir hier zweimal mit fünf gespungen. Dann nochmal mit fünf, also das sind die nervigen Swings für den Gegner. Er kriegt immer weniger Handkarten. Blockt hier dann den letzten Angriff. Die anderen hat der Overcomboot, Übercomboot. Dann habe ich hier mit Nami. Ich glaube, jetzt war das ein Chopper. Chopper habe ich gesearcht. Jetzt kommt noch eine Bonnie. Am besten wäre, wenn ich dann noch ein Lore sehe. Hab dann hier auch den Lore gefunden. Das war die Alternate Art. Hat da ein bisschen gelegt. Dann nehme ich wieder die zwei Surge auf die Hand. Da könnte man auch überlegen, ob man nicht die Otama auf die Hand nimmt. Für die 2K-Counter. Noch ein Zorro auf dem Feld. Ja. Druck ist da. Von meiner Seite aus. Auf den Gegner. Also Druck wird hier aufgebaut. Er ist auf zwei Läden. Board ist voll. Zwei Rusher gespielt. Sehr viele Angriffe gemacht im letzten Turn. Er hat jetzt hier an dieser Stelle noch eine Nami gesehen. Dann wird hier erst mal der 8-Drop-Kick gespielt. Dann ein Nami mit dem Effekt. Da hat er wahrscheinlich nichts anderes gehabt. Er hat eine Jet-Pistole auf die Hand genommen. Oder? Er überlegt sich nochmal. Weil eigentlich braucht er noch Counter-Power. Obwohl es eigentlich auch keinen Unterschied macht. Weil er hat keinen Blocker. Er hat eine Jet-Pistole auf die Hand genommen. Die anderen Karten unter das Deck. Es wird angegriffen. Ich mit 5. Ich blocke mit 6. Er hat da keine Don mehr offen gehabt. Und ja, dann bin ich dran. Also Pass-Turn. Hab noch alles auf dem Board. Also wir befinden uns hier in der Top 8. Es wird mit 10 auf dem Kit beswungen. Dann ist er schon weg. Jetzt kommen wieder die 5er-Swings. Noch ein 5er-Swing. Und dann sagt der Gegner, hey, weißt du was? Ich habe hier keine Chance gehabt. Weil, seien wir uns ehrlich, er hat sehr gebrickt. Und ich kann dann weiter reiten in die Top 4. Dann wird das nächste Match auch die Top 4 sein. Und ich bedanke mich an meinen Gegner an dieser Stelle. Für das trotzdem tolle Match. Und er hat trotzdem eine sehr starke Leistung abgeliefert. War erster in den Swiss. Also ungeschlagen im Swiss. Hat dann leider die erste Runde verloren im Top Card. Hat dann auch, ja, traf auf mich. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.